It's your boy! Willkommen meine Damen und Herren. CSGO hat eine weitere Maßnahme gegen Cheater ergriffen. Es gibt ein neues Beta-Update oder einen neuen Beta-Branch, in dem es unter anderem um die Bekämpfung von Cheatern bzw. deren Software gibt. Wenn ihr dieses Beta-Update benutzen wollt, könnt ihr das machen wie folgt. Hier ist es erklärt. Und wie das geht oder was das macht, erzähle ich euch jetzt auch. Kurz gesagt, schaut sich CSGO nach diesem Beta-Update genau an, welche Programme auf S zugreifen wollen. Wenn irgendein Programm auf CSGO zugreifen will, schaut CSGO, was ist das und was macht das mit mir. Das Ganze geht über die DLL-Dateien und was hier ganz wichtig ist, ist, dass die DLL-Dateien jetzt gesigned sein müssen, um eben auf CSGO zugreifen zu können. Und trotz dieses Signs kann es aber dazu kommen, dass wenn CSGO merkt, es interferiert irgendwie mit mir, dann werde ich es wegschalten. Also dann ist es einfach gesperrt. Das ist was, was sich sehr viele Spieler schon gewünscht haben, aber auch andere Spieler verdammen bei anderen Anti-Cheat-Systemen, wie zum Beispiel dem von dem erst frisch erschienen Valorant. Viele haben sich da gefreut, dass Vanguard eben auf dieser Root-Ebene funktioniert und so richtig deep in den PC reinguckt und so eben viele Cheats schon von vornherein aussortiert. Andere haben sich aber auch aufgeregt, dass es eben jetzt so ist, dass der PC offen liegt für dieses Programm und es halt richtig reingucken kann und möglicherweise auch Daten verkaufen könnte. Das möchte ich Valve und CSGO natürlich nicht unterstellen. Ich will nur sagen, dass es jetzt halt ziemlich tief in den PC reinschauen kann und dadurch eben noch besser, wenn man überhaupt im Vorfeld von gut sprechen konnte, noch besser gegen Cheater vorgehen kann, weil Cheater einfach ausgeschlossen werden. Also es wird nach wie vor die Politik zumindest im Moment verfolgt, dass Cheater nicht einfach gebannt werden, sondern dass sie nach wie vor ins Spiel können und eben auch Geld ausgeben können, wenn sie das unbedingt wollen im Spiel, aber eben von den normalen Spielern separiert werden durch dieses neue Programm. Denn es wird so sein, dass erstens, wenn man diese Sache nicht aktiviert, der eigene Trust-Faktor darunter leidet, zumindest temporär. Und zweitens, das ist aber nur Spekulation, die Quellen kommen übrigens natürlich in die Beschreibung, und zweitens geht man davon aus, dass Leute, die diesen neuen Modus nutzen, auch nur mit und gegen andere spielen können, die das auch aktiviert haben. Das heißt, wenn sich irgendein Cheater sagt, das mache ich einfach nicht anders, das ist ja freiwillig, dann wird er nicht mehr gegen euch queuen können, dürfen, wenn er überhaupt das Spiel starten kann oder spielen kann. Wenn man diese Beta aktiviert hat und Counter-Strike startet und es tatsächlich dazu kommt, dass irgendein Programm komisch mit CSGO arbeiten möchte oder darauf zugreifen möchte, dann wird man eine Warnung bekommen, dass dieses und jene Programm eben nicht gut ist und man jetzt auch erstmal nicht auf VAG-secierten Servern spielen kann. Ob und wie das jetzt eine Reaktion auf Valorant und auf dessen Anti-Cheat ist und auf die leicht kippenden Zahlen von CSGO-Spielern, will ich jetzt auch nicht zwingend spekulieren. Ich habe die letzten paar Update-Videos von CSGO immer wieder so gesagt, so, oh, 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 jetzt müssen sie nachziehen, jetzt müssen sie nachziehen. Auf der anderen Seite sind sie ja schon ewig am Rumwurscheln, genau an solchen Geschichten, also darum glaube ich jetzt nicht zwingend, dass es jetzt gerade hier eine Reaktion auf den Valorant-Releases oder sonst was, sondern dass sie da wohl auch schon länger dran umgewurschelt haben. Das ist von mir jetzt aber auch nur wieder geraten, wobei das egal ist, weswegen man so ein Update bringt. Wichtig ist, dass es da ist. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, wie die Zukunft von CSGO aussieht, wenn sowas dann nicht nur in einer Beta-Option drin ist, sondern tatsächlich in CSGO fest verbaut ist, beziehungsweise man die Option in CSGO selbst hat, ob man es ein- oder ausschalten möchte. So ähnlich wie man die Option hat, ob man jetzt ein Prime- oder Non-Prime-Spiel macht, also ob man jetzt ein Non-Prime-Mate mit reinholt oder eben nicht. Und natürlich auch, was das für die Cheater heißt, ob sie also auf einer freiwilligen Basis halt einfach nicht mehr mit dir spielen können, mit dir cheaten können oder dich kaputt cheaten können oder ob sie auch gebannt werden. Ich gehe davon aus, dass diese ganze Sache in Zukunft auch dafür genutzt wird, um Cheater zu bannen. Denn wenn dieses Programm negative Programme oder eben kurz Cheats findet, die auf deinem PC liegen, dann könnte natürlich diese Warnung auch einfach weitergegeben werden an Wack und Wack macht den Rest und fertig. Alles in allem ist es wirklich ein sehr interessantes Update. Ich habe es direkt geladen und habe es auch aktiviert und werde es auch vor allem auf meinem dritten Account, auf dem ich ja eh gerade hier auf diesem Kanal diesen Versuch gestartet habe, neuer Account, Steam-Level 0, kein Prime und so weiter, Low Trust, wie werde ich wohl gegen andere Leute ankommen können, hacken die und so weiter. Da werde ich es auch aktivieren, diesen neuen Beta-Branch. Und das könnte natürlich höchst spannend werden. Da habe ich bis jetzt drei Matchmaking gespielt. Im ersten waren die Mates und meine Gegner verhackt. Im zweiten waren nichts, keine Hacks. Und im dritten hat dann bei mir im Team jemand zum Ende hin angemacht und ich glaube bei den Feinden dann auch. Ja, also vielleicht, vielleicht, ballert es voll rein. Wir werden es sehen. Am Ende sei noch gesagt, dass es sein kann, dass ihr eben auch einfach ganz normale Programme habt, die vielleicht in euren DLLs rumgewurschtelt haben und ihr deswegen Probleme bekommt. Darum kommt es auch immer wieder zu diesem Wack-Error. Das sollte einen jetzt nicht zwingend aus der Ruhe bringen. Vor allem, wenn ihr genau wisst, ihr habt keine Hacks. Dann habt ihr keine Hacks. In dieser Nachricht, weswegen ihr jetzt nicht Wack-secured-to-Server bespielen könnt, sollte stehen, welche Datei es ist. Und dann könnt ihr vielleicht herausfinden, was es für ein Programm ist und das halt dann einfach beenden, entfernen, wie auch immer. Deaktivieren, solange ihr Counter-Strike spielt. Ihr könnt natürlich auch wieder diese Beta-Participation ausschalten, aber dann sinkt eben euer Trust-Score. So weit, so gut. Ich bin echt gespannt, wie das die ganze Counter-Strike-Geschichte verändern wird, denn Cheater sind seit, in dem einen Bericht habe ich gelesen, seit 2012 wäre es wohl so richtig schlimm. Also seit gefühlt acht Jahren regt sich jeder, wirklich jeder, auch Leute, die gar keinen Counter-Strike spielen, regnet sich über Cheater in Counter-Strike auf und das wäre doch jetzt mal eine nette Sache, wenn man da richtig aggressiv rangehen könnte an die Geschichte. Mal gucken, wie es läuft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentieren, pipapo, hin und her, wie seht ihr die Sache? Freut ihr euch darüber oder sagt ihr, oh oh und so weiter und so fort? Wollt ihr euren PC nicht nackt für Counter-Strike offen haben oder sagt ihr, finde ich genau richtig so? Ich will einfach, ich will die Sicherheit. Auch wenn ich dann selbst so ein bisschen von meiner Privatsphäre möglicherweise öffnen muss, solange ich sicher bin in Counter-Strike, ist es mir allemal wert. Haut's raus, bis dann. Bye bye.